Und hier ist Zivila, die 10 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Da sind wir fast pünktlich um 19 Uhr mit der 10 Euro Überraschungsshow. Das heißt für Sie, die Schnäppchenjagd ist eröffnet. Und wenn Ihnen irgendwas von den Produkten in der nächsten halben Stunde gefällt, dann immer ganz, ganz schnell sein ans Telefon, bevor Ihnen die anderen die Schnäppchen wegschnappen. Was kommt, wissen wir nicht. Wir lassen uns gemeinsam mit Ihnen überraschen. Juhu, Monika. Eine goldene Regel sei noch erwähnt für die Neuzuschauer. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt, dürfen Sie es bis zu fünfmal bestellen. Es sei denn, wir sagen was anderes. Wir beginnen mit einem Karaoke-Mikrofon. Das ist für Ralf. Dann macht ihr nur mal. Das ist für dich. Das ist ein Karaoke-Mikrofon mit Bluetooth, MP3-Player, Lautsprecher und Akku betrieben. Also, einfach anschauen und loszingen. Darf ich dazu deine Geschichte erzählen vom Wochenende, Ralf? Ralf hat mir nämlich heute Morgen erzählt, er war am Wochenende in der Therme und war dann im Wasser und hat so vor sich hingeschaut und entspannt ja und dann hat er angefangen zu singen, aber hat nicht gemerkt, dass er singt. Also dessen war sie nicht bewusst, da hat ich eine Frage gesprochen. Entschuldigen Sie, bitte können Sie lauter singen. Ist das nicht süß? Das heißt, du musst jetzt Elvis singen. Was hast du denn gesungen? Weihnachtszeit habe ich gesungen. Wann mal geht das? Ja, aber ich finde es übrigens wahnsinnig. Ich habe das meinem Enkel geschenkt, der jetzt auch schon ein unglaublicher Musikfreak ist und der rennt den ganzen Tag damit rum. Und dann hören wir das auch. Moment, ich muss es einmal richtig einschalten. Du hast doch gar nicht eingeschaltet, siehst du? Guck mal, einmal einschalten und dann haben wir hier den Volumen. Ich kann natürlich jetzt auch ein Tablet, einen Stick mit Playbacks reinmachen oder das Ganze mit meinem Handy verbinden. Und jetzt müsste es eigentlich gehen. Hier ist der Akku, würde ich sagen. Also Akku betrieben, nehmen wir das hier, komm. Ah, und jetzt hören Sie auch den Lauf, den Hall. Den machen wir mal ein bisschen raus. So, Lautstärke, jetzt fehlt halt die Musik. Ihr müsstet summen dazu. Okay, wir machen Akapell. Bin ich mal gespannt, was hier singt. Ja, komm, sing du doch mal. Ja, singt auch immer. Nein, ich tanze. Ich tanze. Ich tanze. Du, siehst du. Guck, wir machen was ganz Einfaches. Mach so Rap. Ich mache so ein Rap. Aber das ist ein Highlight. Ich singe jetzt nicht weiter, das will ich Ihnen nicht antun. Aber das ist ein Highlight für, nicht nur für Kinder. Ich glaube, auf der Party nach der ersten Flasche Rotwein ist das auch ein tolles. Macht richtig Spaß. Also nochmal, man kann es mit dem Smartphone ganz einfach verbinden und dann hat man den Sound, also auch die Musik drauf. Oder man steckt einen USB-Stick rein, wenn man Playbacks hat. Oder muss ja gar kein Playbacks sein, man kann ja auch zur Originalmusik mitsingen. Wer ist dafür, dass Ralf noch ein Ständchen von Elvis Presley verlattet? Ich würde sagen, du singst jetzt mal ein bisschen Adele hier. Drei gegen eins. Oh, nein. Leider. Tut mir leid, da müssen wir leider noch über die Gage verhandeln. Nein, das möchte ich Ihnen jetzt nicht antun. Singen Sie selber. Weil singen macht viel mehr Spaß. Und ich habe neulich was Schönes gelesen. Wer singt, wenn er Probleme hat, wird merken, dass sein Gesang schlimmer ist als seine Probleme. Du hast diesen Mikrofon für deinen Enkel gekauft. Ja, ja. Und er rennt immer rum und singt damit. Also ich sage Ihnen noch, die Bestellnummer, das ist ein Volltreffer, auch zum Nikolaus. Für 10 Euro ist das der Wahnsinn. Die Bestellnummer ist die ZX-1713 und die 569. Ein Karaoke-Mikrofon mit Effekt, mit Bluetooth, mit MP3-Player, alles mit dabei. Und das macht riesen Spaß. Es ist echt cool, also gerade auch mal so jetzt Weihnachten, wenn man ins Weihnachtsfest kommt und man dann vielleicht den einen oder anderen Glühwein auch interessiert hat, da macht das ja noch mehr Spaß. Das ist natürlich richtig cool für 10 Euro. Ich würde sagen, das kriegst du an anderer Stelle für 20, 30, 40 Euro. Ein tolles erstes Produkt aus der 10 Euro Show und du das weitermachen. Danke dir. Aber wir können das zusammen machen. Nächstes Mal. Das ist echt cool. Für 10 Euro ein Lütteschen. Dankeschön. Gerne. Oh, guck mal. Oh, wir haben gleich zwei. Oh, süß. Zwei? Ja, da muss noch ein Bär. Mit dem Bär fangen wir an. Und das ist ein Kuscheltier, ganz klar. Kusch, Frosch. Das ist Nachtlicht. Also ein Kuschel-Nachtlicht. Beginnen tun wir mit dem Bär. Und der hat auch noch einen Farbwechsel drin. Und ich hoffe, das bringen wir jetzt unter den hellen Scheinwörfern ein bisschen näher. Habt ihr auch noch ein Nachtlicht? Weil das ist ja mittlerweile auch was für Erwachsene. Nee, aber ich habe den Teddy damals meiner Nichte geschenkt. Also Kinder können ja in der Dunkelheit nicht einschlafen. Und der Teddy war so der neue beste Freund. Ihm hat sie auch die Probleme anvertraut. Und der ist ganz süß. Der hat im Bauch so eine kleine Nachtlichtlampe mit Farbwechsler. Also unfassbar süß. Und mit dem kann man auch richtig kuscheln. Der ist ganz reich. Jetzt habe ich gerade gesehen, Monika hat den Anschalter gesucht. Pass mal auf, hier steht. Der ist am Arm. Bitte auf den Fuß drücken. In den Füßen ist der Schalter. Da musst du irgendwo in Kontakt drin. Links oder rechts. Da ist er. So einfach geht das. Und jetzt sehen wir auch den schönen Farbwechsler. Du, und das, ist der so kuschelig, wie er aussieht? Ja, richtig kuschelig. Also meine Nichte hat ihn geliebt. Die wollte ihn auch nie hergeben. Und gerade der Teddy ist ja total süß. Der ist ganz flauschig. Und dann wechselt er hier die Farben. Also ganz, ganz süß gemacht. Ist batteriebetrieben, ne? Richtig, genau. Heidi schreibt uns aus Riesa, es ist schon der zweite Schlafbär, welchen ich gekauft habe. Mein Enkel gibt ihn nicht mehr her. Und jetzt ist der zweite ist für mein Patenkind. Übrigens der Tipp an alle Eltern oder Großeltern, gleich zwei kaufen. Weil wenn das das Lieblingskuscheltier wird und der geht mal verloren, dann hat man erst mal, ja, dann hat man erst mal, hm, dicke Augen. Und wenn du dann noch irgendwo eine Reserve-Teddy hast, dann ist das einfach nur clever. Der Teddybär als Kuschelnachtlicht hat die Bestellnummer NC 1761 und die 569. Aber jetzt kommen wir zu Frau Kosch mit dem Frosch. Ja, ich muss ja sagen, ich finde beide total süß. Und nochmal, 10 Euro ist nicht die Norm. Die kostet normalerweise richtig viel Geld. Wer da mal online schaut, so Nachtlichter als Kuscheltier, der zahlst so 40, 50 Euro teilweise. Und die müssen natürlich auch eine gewisse Qualität vorweisen, dass die Kinder nicht so einfach ans Batteriefach kommen. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ich würde für 10 Euro gleich Bär und Frosch nehmen. Die kann man ja auch so nebeneinander setzen. Und dann können sie sich die Händchen halten. Guck mal, der Frosch ist natürlich auch süß mit seinen dicken Augen hier und dann seinen breiten Grinsen. Oh, dieser kleine, dicke Bauch. Also ich finde diesen Farbwechsel so beruhigend. Also Nachtlicht ist ja toll. Monika, bring doch mal den anderen. Da geht es doch mal beide die an. Wir schauen sie mal nebeneinander an. Ich könnte mich jetzt auch nicht entscheiden, ob Frosch oder Teddybär. Das sind beide süß, oder? Ich nehme Kusch und Frosch. Ich würde beide nehmen. Ja, also bei dem Preis ist das auch keine Kunst. Ich nehme drei. Kusch, Frosch und... Kusch, Frosch und Bär. Ach, sind die süß. Aber einfach leuchtet nicht. Jetzt stell dir das mal im Kinderzimmer vor. Links vom Kissen, rechts vom Kissen. Da schlafen doch die Kinder wie Engel. Du musst ganz viel Wasser essen. Oh, guck mal. Jetzt hast du Kusch, Frosch und Teddybär. Ich nehme mir Kusch. Da haben wir noch ein blinkendes Nachricht. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für unseren Frosch, für das Kuschel-Nachtlicht. Aber ich bin nicht so kuschelig. Das ist die NC 1760 und die 569. Der Teddybär hat die NC 1761 und die 569. Und jedes einzelne Kuscheltier dürfen Sie auch bis zu fünfmal bestellen. Also gerne auch mehrere Kinder damit glücklich machen. Ich glaube, da freut sich jedes Kind drüber, oder? Ja, klar. Es gibt auch viele Erwachsene, die nicht einschlafen können und ein kleines indirektes Nachtlicht brauchen. Es gibt auch viele Erwachsene, die noch ein Kuscheltier haben, habe ich mal gelesen. Habt ihr noch ein Kuscheltier, Moni? Ja. Was denn? Ich habe auch ein Teddybär, von seitdem ich klein bin. Ja, der sieht auch schon so aus. Und du? Ich habe meine Mutter- und Babykissen. Ah, Stillkissen, Schlafkissen. Für Schwanken. Seitenschläferkissen. Ich lasse es weiter machen. Aber hat schon toll angefangen mit diesem Nachtlicht. Ich finde die auch ganz, ganz süß. Ich finde die genial. Dankeschön. Dankeschön. Also, Kakao-Kymisch-Propon. Also, heute kommen Kinder voll auf ihre Kosten. Oh, nirgendschen. So, und wenn Sie irgendwas verpasst haben, gehen Sie ruhig auch mal auf unsere Internetseite, pearl.tv. Da sehen Sie noch mal alle Produkte und auch die Bestellnummern dazu, damit Sie die können auch dann direkt von Dach aus bestellen. Frühstücksbrettchen, aber farblich sortiert. Und das sogar sechs Stück. Also, da muss man jetzt ganz schnell sein. Gerade so für jedes Familienmitglied eine Farbe. Zum Beispiel pink für die Mädels, blau für die Männer, rot für Mama, gelb für Papa. Ich finde das so schön gemacht. Du kannst es natürlich auch farblich trennen, wenn du zum Beispiel Obst und Gemüse trennst. Weil ich habe manchmal das Problem, ich habe manchmal das Problem, dass ich, wenn ich vorher Zwiebel geschnitten habe und danach auf dem gleichen Brettchen, obwohl ich es abgewaschen habe, noch Obst schneide. Dann speckt der Apfel häufig nach Zwiebel. Also hier noch was ganz, ganz Wichtiges. Die sind mit antibakterieller Oberfläche. Das ist ganz wichtig bei solchen Schneidebrettern. Und es sind sechs Stück. Perfekt als Frühstücks- oder Festbarbretter. Steht hier. Spülmaschinen geeignet. BPA-frei. Also dieser Weichmacher, der unter Verdacht steht, schwerem Verdacht steht, krebserregend zu sein, ist da auch nicht drin. Also da hast du absolut recht. Da kann man alles draufschneiden. Und jetzt eben Frühstücksbrettchen, klar, für die ganze Familie. Aber auch, wenn man Gemüse schneidet, kann man für jede Sorte von Gemüse ein eigenes Brettchen nehmen. Ach, ich finde das so toll. Also gerade, dass es so viele sind. Gerade so Schneidebrettchen. Du hast ja häufig nur die ganz großen. Aber wenn du wirklich nur morgens mal einen kleinen Apfel schneiden willst, das ist doch wunderbar. Was sind eure Lieblingsfarben? Welches würdest du nehmen, Monika? Das pinke. Das dachte ich mir. Ja, dann kann nichts. Das passt perfekt. Ich hätte das für Teesfarben genommen. Also ich nehme es blaue. Ja, zunkelblau nämlich. Ja, für jeden etwas. Sehr schön. Ich nehme Geld. Aber wir werden uns mit Sicherheit einig. Und Sie auch. Aber jetzt bestellen sechs dieser Schneidebretter für fünf Euro. Die Bestellnummer ist die NX 3305. Und die 569. Es gibt ja auch viele, die essen gerne Speck. Und bei Specken brauchst du wirklich einen guten, harten Untergrund. Das ist für meinen Vater. Ich weiß, du bist raus, aber da kannst du richtig schön schneiden dann. Ja, das stimmt. Und natürlich zum Beispiel, ich mache das mit meinen Freunden, manchmal wir treffen uns, wir kochen was zusammen. Zum Beispiel Sushi oder wir machen... Ihr kocht Sushi? Ja, das wäre... Der ist roh, der wird nicht gekocht. Dann jeder... Machen wir Sushi. Ja, ihr macht Sushi, Gitter. Ich sage dir nochmal die Bestellnummer. Die NX 3305 und die 569. Das ist schon morben, Jürgen. Den kochter Sushi gibt es bei Diana. T1000 heißt diesen flüssig, flüssig Roboter, flüssig Metall Roboter. Das ist schon... So, wir machen weiter. Niemand verstellt mich, ja? Okay, jetzt... Ui, Preisalarm, das heißt, hier kommt jetzt ein Volk, das normalerweise viele, viele Milliarden ausfällt für Sie, für diese Sendung. Nur noch 10 Euro. Denken Sie bitte dran, Preisalarm heißt maximal ein Stück für Besteller. Ist das ein Preisalarm, ne? Ja. Boah, das heißt, ein Stück pro Besteller. Boah, ist die schön. Eine Thermoskanne aus Edelstahl. Jetzt, spätestens jetzt werden die Leitungen glühen. Für Tee, für Kaffee eine schicke. Thermoskanne ist Gold wert, aber die meisten sind aus Plastik. Und jetzt schauen sich diese schicke Thermoskanne an. Das ist fantastisch. Wie viel passt da rein? Es ist 1,5 Liter. Es ist wirklich aus Edelstahl, hat einen doppelwandigen Edelstahlkolben und hält bis zu 12 Stunden warm, beziehungsweise kalt. Und also ich würde jetzt mal gerade aus dem Bauch raus sagen, 25 oder 30 Euro für eine Edelstahl-isolierte Thermoskanne, oder? Ich hätte sogar noch mehr gesagt. Also wenn du nur gute Edelstahl-Thermoskanne hast, die sind richtig teuer, 30, 40, 50 Euro, gibt es ja so einen Hersteller. Aber die ist unfassbar schick. Und gerade wenn du jetzt vielleicht im Auto sitzt oder vielleicht auch Gäste erwartest, vielleicht auch mal schon den Glühwein schön warm machen und dann es warm halten. Kaffee? Auch Glühwein, Tee, Kaffee. Übrigens, Rainer aus Neuss schreibt uns, und der hat es genau getestet. Die Thermoskanne sollte vor Gebrauch heiß ausgespült werden, dann hält sie den Inhalt länger heiß. Im Test mit kochendem Wasser befüllt, gemessen 91 Grad. Nach 12 Stunden hatte das Wasser immer noch 67 Grad. Das ist der Wahnsinn, nach 12 Stunden. Wir schauen mal auf Pearl.de, was der reguläre Preis ist. Uh, 20 Euro auf Pearl.de, auch das schon ein super Schnäppchen. Denn siehst du, und das habe ich ja gemeint, unverbindliche Preisempfehlungshersteller, es liegt hier bei 40 Euro. Und bei uns jetzt nur für 10 Euro, aber nur ein Stück pro Bestell. Ich werde nach der Sendung auf jeden Fall bestellen. Ja, also sowas kannst du nirgends günstiger bekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und jetzt fängt ja wieder die Kaffeezeit an, Adventskaffee. Und da willst du nicht jeden Kaffee einzeln machen. 1,5 Liter Kaffee oder Tee ist mit Sicherheit eine gute Portion, um das mal vorzurichten. So, einer hat auch Ingo auch immer, ne? Der bringt doch auch den Kaffee immer bezahlt. Genau, der bringt jeden Morgen 1,5 Liter, aber der hat wesentlich mehr bezahlt. Aber das ist schon ganz schlimm. So, ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, und dann bitte ganz, ganz schnell sein, weil das wird ruckzuck ausverkauft sein. Die Bestellnummer ist die NX6312 und die 569. Und Sie dürfen ruhig auch gerne mehrfach während der Sendung anrufen, damit Sie kein Schnäppchen verpassen. All Ihre Bestellungen werden gesammelt. Sie zahlen maximal am Tag einmal Porto oder Besand. Hier nochmal bedenken, es ist unser Preissalarm. Das heißt maximal ein Stück pro Besteller. Also, ich finde das so schick, so edel. Das macht doch was her, das Ganze auf dem Tisch stehen lassen. Ja, weil früher, ich kenne diese Thermoskern wirklich nur aus Plastik. Von meiner Oma in Rot oder vielleicht mit Blümchen, da sahen die echt nicht schön aus. Aber das ist doch was ganz, ganz Besonderes jetzt hier für 10 Euro. Und wir machen weiter. Zack. Also, ein Highlight nach dem anderen. Und ich sehe schon, das nächste Highlight. Wow. Das ist Mary Poppins kommt. Mary Poppins, ja. Jetzt fliegt sie gleich davon. Money, 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 Money Poppins. So, und jetzt haltet euch fest. Für die 10 Euro gibt es nicht einen Schirm, es ist ein Zweiersetz. Du kannst rück beide aufspannen. Und diese Schirme sind ja besonders schön, oder? Das ist ja der Hammer. Also, gerade so transparente Schirme sind Gold wert. Weil wenn der Regen mal von vorne kommt, denn manchmal ist es ja sehr, sehr windig, dann hast du ja meistens den Schirm vor dem Gesicht und siehst dann immer nicht, wo du hinlaufen musst. Aber schau mal, diese Schirme sind transparent. Das heißt, du siehst auch immer, wo du hinläufst, ne? Also, ich finde hier, das ist ein Punkt, da schreibt uns auch Ronja aus Tona-Eschingen, der Regenbogen ist perfekt, gerade wenn es etwas stürmisch wird, der Regenschirm, gerade wenn es etwas stürmisch wird, kann man den Schirm über das Gesicht tun und sieht trotzdem alles, was von vorne kommt. Übrigens auch den Regenbogen siehst du dann auch. Ja, das stimmt. Den würdest du nicht sehen. Aber Wilma aus Ratingen schreibt uns, zu einer Hochzeit als Regenschirm für die Braut und Trauzeugen verwendet. Ideal, weil transparent bzw. durchsichtig. Auch das ist natürlich eine tolle Idee. Auch zum Tanzen bestens geeignet. I'm singing in the rain. Schön. Zweier Set für 10 Euro ist der Wahnsinn. Ja, da musst du keinen Schirm aufspannen, wenn es Männer regnet. Auffaggen sollst du sie, auffaggen. Und dann, das ist für mein neues Videoclip. Für dein neues Video. Hast du überhaupt schon ein Video? Ich sag Ihnen nebenher, während Diana noch tanzt. Die Renner ist das. Nicht Diana, sondern die Renner. Zweier Set NX83, 44 und die 569. Und hier dürfen sie übrigens auch bis zu fünfmal das Zweier Set bestellen. Also ich finde, solche Schirme sind auch eine tolle Geschenk-Idee. Ja, absolut richtig. Jetzt kommt es auch noch rein. Singing in the rain. Jetzt musst du auch tanzen. Ah, sorry. Kommt da noch ein Text? Übrigens, im Live-Film wird gesteppt dazu, glaube ich. Kannst du steppen? Anna? Steppen. Steppen. Ja, 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 so oder ähnlich. Ich glaube, das machen die original. Ich sag Ihnen nochmal die Bestellnummer. NX83, 44 und die 569. Ich finde die so schlimm. Vor allem die verlierst du auch nicht und vergisst sie nicht, weil an diese Schirme änderst du dich immer. Die sind auch super stabil, machen was her, also haben auch so einen Wiedererkennungswert. Und du siehst eben auch, wenn der Regen von vorne kommt, siehst du alles. Also ich finde das genial. Und es ist ein Zweier-Set für diese 10 Euro. Also da man Regenschirme sowieso andauernd irgendwo vergisst und solche außergewöhnlichen Regenschirme so günstig sind, kaufen Sie sie gleich mindestens. Zwei, wie gesagt, bis zu fünfmal dürfen Sie das Zweier-Set bestellen. So, und weiter geht's. Mein Kosch, Josch, Frosch. Also heute haben wir so viele Highlights in der Sendung. Die Thermoskanne, der Preiserladen, die ist übrigens schon stark nachgefragt. Das Karaoke-Mikrofon, die Schirme. Und es geht weiter. Wow. Mit einem Luftreiniger für den Kühlschrank. Und das ist ja was ganz, ganz Tolles. Ich habe jetzt am Wochenende Ziegenkäse gekauft. Wenn du den Kühlschrank aufmachst, du fällst hinten runter. Wirklich. Das riecht nicht gut. Der schmeckt gut, aber der riecht nicht gut. Und für solche Fälle ist dann dieser Luftreiniger toll, weil der eliminiert Gerüche und verhindert eben auch, dass sich Bakterien schneller ausbreiten. Das ist mein Geschenk für dich. 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 Oh, kalt. Und jetzt nicht nur für den Kühlschrank. Da hast du natürlich recht. Aber ich sehe das auch ganz woanders, nämlich im Auto zum Beispiel oder im Wohnwagen. Wohnwegen sind jetzt viele im Winterquartier. Und wenn du dann im Frühling wieder reinkommst, trifft dich der Schlag. Schuhschrank, gute Idee. Wollika, hast du auch noch eine Idee, wo es frisch riechen sollte? Also ich hätte das jetzt auch in mein Auto getan. Kratzenklo. Oder zum Beispiel, wenn Leute rauchen im Büro oder im Auto, du kannst es auch ein bisschen frischer machen. Auch dagegen, wenn ich bedenke, es gibt ja diese komischen Duftdinger, die man ins Auto hängt. Ich finde, die riechen unangenehm. Hier neutralisiert man die Gerüche. Das ist wesentlich vorteilhafter. Kühlschrank natürlich, klar. Ich denke, überall, wo es ein bisschen mufflig riechen könnte oder durch lebensmittelstark riechen. Ja, weil sie kochen Fisch oder Zwiebel oder Leber. Auf der Küche, das stinkt immer. Leber, was? Leber, Leber. Das ist diese... Leber? Leber. Leber. So, Inga aus Berlin schreibt, uns haben das Produkt schon mehrfach gekauft, teilweise verschenkt und alle sind zufrieden. Ich auch, ich kann es nur weiter empfehlen. Und Christine schreibt aus Benzdorf, ich habe dieses Gerät seit Jahren und bin sehr zufrieden. Es tut genau das, was es machen soll. Mein Kühlschrank ist immer frisch. Deswegen habe ich es auch für meine Schwester gekauft und auch sie ist sehr zufrieden. Aber das mit dem Kühlschrank ist einleuchtend. Aber Sie können ja alle unsere Vorschläge beherzigen. Denn auch diesen Ionisator, diesen Luftreiniger, dürfen Sie bis zu fünfmal bestellen. Ja, also das ist ganz toll. Wie gesagt, auf den Kühlschrank oder mal für den Skischrank oder für das Auto. Wenn es sehr stark ist, kriege ich dann gleich zwei auch gerne nebeneinander. Schön, Sie dürfen bis zu fünfmal zugreifen. Schön ist, dass man eben keinen Strom braucht, dass es batteriebetrieben ist. Also deshalb auch für Boote, für Wohnwegen oder vielleicht auch mal irgendwo, wo man so ein kleines Kellerabteil hat. Und die Bestellnummer ist die NX 7538 und die 569 und ein mobiler Ionisator, Luftreiniger. Und da sehen wir mal, gegen was der alles hilft. Und vor allem jetzt gegen Gerüche, das finde ich wichtig und antibakteriell. Ich glaube, da halten auch die Lebensmittel im Kühlschrank länger. Ja, das stimmt, weil Bakterien, die sorgen ja dafür, dass eben Obst und Gemüse schneller verdirbt. So, wir machen weiter. Juhu! Ach ja, wieder nur Highlights heute, nur. Machst du mal, komm, lies du mal vor. Oh, dann ist es für dich. Oh! Eine Mini-USB-Powerbank mit, jetzt haltet euch fest, 10.000 Milliamperestunden. Oh, wow. Für 10 Euro? Das ist unglaublich. Wisst ihr, was euer Handy für eine Akkukapazität hat? Also so, normales durchschnittliches Handy, 3.000, 3.500. Ja, aber das hier ist richtig schön, weil ich habe gerade was gesehen, das hat beide Anschlüsse. Also man kann mit telefonieren und das sehr lange, aber auch irgendwann, wenn man viel eben im Handy, gerade wenn du über Bluetooth Musik streamst, verbraucht ist viel Akku oder wenn du dich navigieren lässt. Und da ist so eine Powerbank toll, denn die hast du immer mit dabei und hier kannst du eben dein Handy ungefähr so vier bis fünfmal wieder aufladen, weil es ist eine enorme Kapazität. Und du hast hier sogar Quick Charge 3.0, also es ist auch super schnell wieder aufgeladen. Das ist aber auch blau gekennzeichnet, also Schnellladefunktion, war fast viermal so schnell. Und ich glaube, unsere Mädels hier, die würden sterben, wenn der Akku vom Handy mal leer wäre. Das wäre der Albtraum, ja. Oder? Also wenn ich sehe, wie viel ihr an euren Handys hängt, man könnte ja was verpassen. Und deshalb bin ich der Meinung, gerade auch für die junge Generation ist das ein perfektes Nikolaus- oder Weihnachtsgefäck. Das stimmt, ja. Also genial, das passt auch perfekt in den Nikolaus-Stiefel, wie du sagst. Ja, sowas sollte ja eigentlich jeder haben. Und am besten nicht nur eine, sondern gleich zwei, drei, vier, fünf. Sie dürfen ja bis zu fünfmal zugreifen. Tun Sie das, weil solche Powerbanks sind normalerweise unfassbar teuer. Ich gebe Ihnen nochmal die Bestellnummer, ganz, ganz wichtig. ZX 2889 und die 569, eine Mini-USB-Powerbank mit 10.000 mAh. Ja, und ich finde auch die Größe sehr angenehm, auch für uns Herren. Die passt in die Hemdtasche, in die Handtasche passt sie auch ohne Probleme, oder? Also wirklich tolle Größe und eine riesengroße Kapazität. Also das ist so cool, dass wir die Ihnen hier für 10 Euro anbieten dürfen. Ich dachte jetzt eigentlich, das ist der Preis-Alarm, ne? Weil also 10 Euro für 10.000 mAh, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, besser mehr bestellen, zum Beispiel einen für Auto, einen für Tasche, immer auf der Arbeit muss sein, eine Jacke-Tasche auch. Also das ist super, 10.000 Ampere. Und jetzt, wir müssen immer ein Powerbank dabei haben, weil das kann nicht nur Handy sein, ja? Das kann auch was Wichtiges sein. Und natürlich, bei mir zum Beispiel auch Headset, ich muss immer laden. Hm, ZX 2889 und die 569 ist die Bestellung, das ist ganz wichtig für Sie. ZX 2889 und die 569 bis zu fünfmal dürfen Sie zugreifen. Und das raten wir natürlich auch jedem, weil jeder hat heutzutage ein Handy oder ein anderes Gerät, was über USB geladen wird. Da ist das natürlich toll. Wir gehen weiter. Ich sehe was, aber ich weiß nicht, was es ist. Oh mein Gott, Tastatur und Maus und das alles für 10 Euro. Wow. Du hast recht. Kabellose Tastatur und Maus, also eine Kombination. Und ich weiß, das haben wir im regulären Programm für 18 Euro. Und jetzt aus unserem aktuellen Programm landet es hier für 10 Euro. Und ich finde, gerade in dieser Zeit, wo es ja wirklich viel um Hygiene geht, sollte man auch mal die Tastatur des Rechners austauschen. Absolut richtig. Und gerade so funkbetriebene Mäuse sind ja derzeit sehr, sehr beliebt. Und weil die eben auch praktisch sind. Du bleibst nicht mit dem Kabel überall hängen. Aber da kostet so eine Maus alleine schon 15 bis 20 Euro. Und jetzt hast du hier Tastatur plus Pause. Wer von euch hat einen Desktop-Rechner zu Hause? Also wer braucht die Tastatur noch? Ich habe einen. Ich glaube, jeder muss ihre Tastatur einmal pro halbe Jahr wechseln. Weil das ist so viel Schmutz hier drin. Du kannst das natürlich putzen und sauber machen. Aber das hilft nicht, weil das geht alles drin. Also besser immer das Neue kaufen. Ja, aber normalerweise kostet das so viel. Jetzt haben sie schon alles zusammen. Neue Maus und neue Tastatur und alles für 10 Euro kaufen. Natürlich, heute können sie das bis fünfmal bestellen. Also vielleicht auch für ihre Partner oder Partnerin, für Kinder zum Beispiel. Super Geschenk. Du auch trafst mal im Büro, wo vielleicht auch noch andere Leute dran sind. Ja, ja, klar. Da sollte man öfter tauschen. Günstiger als 10 Euro kann es nicht werden. Kein Kabelsalat mehr, falls sie noch kabelgebundene Geräte haben. Und das Ganze mit einer Ein-Dongle-Technologie. Hier übrigens auch, hier steht, reagiert auch auf hellen und spiegelnden Flächen und auf Milchglas. Ja, die Maus ist also sehr empfindlich, bis zu 1600 dpi. Und jetzt holen sie sich diese Maus-Tastatur-Kombination, weil günstiger kann die nicht werden. Die Bestellnummer ist die PX4924, die 569. Ich finde das so cool, weil die hat auch noch unten diese Füßchen, also die Tastatur. Das heißt, es steht auch perfekt. Und es ist schon angenehmer, so zu arbeiten, wenn du eine gute Maus und eine gute Tastatur hast. Also für 10 Euro ist der Wahnsinn. Gerade jetzt in Zeiten, wo wir alle über Hygiene reden, ist es eben auch schön, wenn man mal die alte Tastatur entsorgen kann. Die Bestellnummer gebe ich hier nochmal. Das ist die PX4924, die 569. Das hier in der Pearl Edition. Bestellen Sie auch gerne unter www.pearl.tv, denn da finden Sie nochmal alle Artikelnummern ganz in Ruhe in der Übersicht. Ja, falls es Ihnen mal so schnell geht, wenn wir die Bestellnummern sagen oder wenn sie eingeblendet sind, dort finden Sie alles nochmal ganz gemütlich. Sie haben maximal aber zwei Stunden Zeit oder ja, kann ganz schnell sein, weil die Nachfrage ist immer riesengroß. Wir haben immer nur ein Sonderkontingent, bevor das Ihnen jemand anders wegschnappt. So, komm, nächstes Produkt. Also heute sind wir wirklich in allen Bereichen unterwegs. Spielzeug, Unterhaltung, Elektronik, Küche. Wo gehen wir jetzt hin? Oh, was schwer. Ordnung. Batterienordnung. Das ist ein Batterie, Organizer und Tester. Ich glaube, jeder hat so diese eine Schublade, wo Batterien drin sind, wo man dann nie genau weiß, wie viel habe ich noch. Und vor allem sind die noch voll oder leer. Und jetzt sollte man natürlich auch Vorrat anlegen. Weihnachtszeit braucht man viele für die Kerzen, für Spielzeuge und ähnliches. Und das ist eben Organizer für 93 Batterien aller Klassen und eben mit Batterietester. Ich halte das für ganz wichtig. Das ist super, weil häufig hat man ja dann die Batterien irgendwo in der Küchenschublade und nutzt die dann auch zweimal, aber merkt dann irgendwie nicht, wenn die mal leer sind. Und gerade so die gängigen Doppel-A, Triple-A, die brauchst du doch sehr, sehr häufig für Spielzeug, Fernbedienung, Küchengeräte. Und da ist eben schön, dass ich sofort auch sehe, wann muss ich die mal wieder nachkaufen, beziehungsweise sind die halb leer, kann ich die nochmal nutzen. Richtig, vor allem das Nachkaufen. Man denkt ja immer, ich habe noch genügend Batterien. Hier sieht man es mit einem Blick, wie viele noch da sind und kann dann eben rechtzeitig wieder auffüllen. Meistens merkt man es ja erst, wenn es zu spät ist, Batterie leer, keine mehr da. Ja, na klar. Und hier hast du eben wirklich auch die nicht so gängigen Batterien, wie zum Beispiel Knopfzellen oder aber auch hier, wie heißen die großen Runden? Typ D oder C sind die großen. Typ D. Dann auch die 9, das ist D. Und auch die 9-Volt-Batterien sind dabei. Alles, Doppel-A, Triple-A, Knopfzelle in unterschiedlichen Größen. Und du hast eben auch schon den Deckel, das heißt, die können nicht so einfach rausfallen. Das finde ich toll. Man kann das in der Schublade machen oder auch aufhängen oder irgendwo hinlegen. Man hat es auf jeden Fall immer im Blick. Und nochmal, gerade vor Weihnachten sind Batterien ganz, ganz wichtig. Viele haben eben LED-Lichterketten mit Batteriebetrieb oder diese Echtwachskerzen oder dann die Spielzeuge an Heiligabend. Wenn die Batterien leer ist, dann ist oftmals das Getöntgedöns groß, wenn man keine Ersatzbatterien hat. Deshalb weiß ich das jetzt gerade noch für umso wichtiger und man wird das ganze Jahr davon profitieren. Die Bestellnummer ist die PX2465 und die 569. Also ich finde das ganz, ganz toll. Wir hatten heute nur Highlights. Mein persönliches Highlight war die Thermoskanne und die kleinen Tiere mit der Nachtlichtlampe. Aber wie gesagt, Sie können alle Artikel nochmal online abrufen. www.koll.tv, dort können Sie auch bestellen. Ja und wir sagen, gehen Sie jetzt sofort ans Telefon und bestellen Sie denn zwar auch schon wieder die 10 Euro Show. Die kostenfreie Hotline ist die 0800 51 51 und 3 mal die 4. Oder natürlich auch jetzt tolle Weihnachtsgeschenkideen oder vielleicht auch zu Nikolaus. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Also bestellen Sie jetzt ganz schnell. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren neuen Kliniken. Bis zum Morgen. Ciao.